So, ich kann hier nämlich speichern. Hehehehe. Ja, Fetti, da kommst du ja nicht hoch, hä? Du kleine Quaste. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Little Nightmares. Ja, wir konnten das letzte Mal dem alten Opa die Arme abschneiden und sind geflohen. Und jetzt hat das kleine Ding hier ein wenig geschlafen. Aber wir wecken es mal auf. Hey, hey kleines Mädchen. Na los, steh auf. Komm schon. Es geht weiter. Die Leute gucken schon ganz komisch. Na, geht doch. Na los, du musst dich weiterschlagen durch die Welt. Wie mache ich nochmal Feuer? Ah, mit F. Genau. So. Ah. Fällt mir gerade was ein. Ich wurde aufmerksam gemacht, dass die Helligkeit doch etwas zu niedrig ist. Also ich mache sie mal hier so. Mal schauen, ob das so besser ist für euch. Ich weiß ja nicht. Eventuell. Bei mir sieht es jetzt etwas bescheuert aus. Aber wer weiß. Hoch sollst du, meine Liebe. Geht es auch schneller? Nee. Okay. Mal schauen, was uns jetzt erwartet. Hui, was war das denn? Okay. Fleischerhaken. Das ist ja nicht gerade so das, was wir... Ähm. Ha, lol. Hihihi. Ja, fahren wir da einfach mal mit. Oh. Oh Gott. Ich glaube, das ist auch gewollt. Alter, da oben ist irgendwas. Oh, oh. Oh, nee. Das ist der nächste Fettsack. Oh, meine. Huch. Oh. Und wo gehen die dann hin? Oh. Das ist ja voll ekelhaft. Na, ich will gar nicht wissen, was hier abgeht. Das ist... Pervers ist das. Huch. Ah, schon wieder Hunger. Ja, klar. Kann ich mir vorstellen. Oh, Mann. Na, los. Komm. Das musst du jetzt leider noch durchhalten. Ich glaube, irgendwo ist gerade eine Ratte in die Falle gegangen. Da könnte was zu essen drauf liegen. Schauen wir mal nach. Mit F vielleicht da hinten irgendwo. Wohl nicht. Okay. Ach, komm jetzt. Oh, dieses Geräusch, ne? Ja, da. Oh, mein Gott. Oh. Oh. Oh, ist das... Boah. Alter, ich habe gedacht, da liegt ein Stück Käse drauf und das isst sie jetzt oder sowas. Boah. Boah. Alter. Ich dachte, die ist das Stück Käse. Boah. 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 Na ja, gehen wir mal weiter. Ah, doch. Ist schon richtig gewesen. Puh. Oi, oi. Ähm. nicht gesagt, Leute, ich will da nicht rein. Alter. Aber wir müssen wohl. Huch. Ich glaube immer noch, wir sind auf einem Schiff oder sowas. Bin mir da nicht so sicher. Aber irgendwie muss das so sein. Huch. Hier bin ich. Ja, genau dahin sollst du. Oh, da drüben ist jemand. Oh nein. Huch. Oh, immer dasselbe Problem. Aber weißt du, hier könntest du ja was essen. Nimmst du dir was mit, Mädel? Eine Karotte oder so. Weißt du? Könntest du ja locker easy. Was macht denn der da mit dem Messer? Also schleifen tue ich mein Messer so nicht. Naja. Egal. Oh, ich hasse es. Oh. Alter. Boah, sieht das Ding ekelhaft aus, hey. Das Ding sieht aus wie ein Pickel, der schon längst überreif ist, hey. Oh, ist das ekelhaft. Boah. Jetzt lauf doch. Boah. Boah. Muss das sein. Hättest du ja doch nicht noch eine Wurst reinschmeißen können. Boah, das Ding kann ja nicht mehr mehr laufen richtig, ja. Fetti McFett, Fetti. Nein, du hast mich nicht gesehen. Oh, was ist denn das? Warum, warum ist diese Kameraeinstellung jetzt? Ähm. Warum habe ich hier diesen hässlichen fetten Balken im Gesicht? Hallo? Ja, und was mache ich jetzt? Wohin gehe ich jetzt? Boah, Alter, der atmet wie ein Büffel beim Sex, hey. Ist ja, boah, abnormal. Vor allem Hauptsache die Fußspuren, die fahren, nee. Das merkt niemand. Kannst du jetzt mal weggehen? So. Ich muss nämlich jetzt da vorne rein. Ups. So, gehen wir mal hier hin. Mal gucken. Oh. Boah. Alter, wie ekelhaft ist das. Ja, da musst du nicht mehr würzen. Du, das Ding riecht genauso wie du zwischen deinen Arschbacken. Boah. Alter, ich finde es so ekelhaft. Ich finde den Typen so ekelhaft. Ich weiß nicht mehr, ob es eine Frau oder ein Mann ist, ja. Aber, Alter. Ist das ekelhaft. Na los, lauf. Oh, nee. So, und jetzt? What the fuck? Ist das Ding jetzt gekotzt? Ja, bitte bleib einfach da. So, ich kann hier nämlich speichern. He, 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 he. Ja, Fetti, da kommst du ja nicht hoch, hä? Du kleine Quaste. Alter. Hier hast du. Boah. Solange das Ding jetzt nicht mit Schleimklumpen auf mich wirft. Toll, das geht ja nicht mal kaputt. Ich weiß nicht mal, wo ich hin muss. Muss ich vielleicht da hin? Aber mit Leertaste kann ich anscheinend werfen. So. Hier hast du Brot, du alte Schnalle. Boah. So, ich interessiere das Ding anscheinend nicht mehr. Boah, ist das ekelhaft. Das ist so ekelhaft, so widerlich. Na los, geh einfach hoch, komm. Hopp, 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 hopp. Warum soll ich da rein? Na ja, egal. Gehen wir mal da rein. Alter, ein Scheißhaus. Warum ging da die Tür auf? Ich hoffe übrigens, ihr seht mehr jetzt. Warum ist noch eine Kerze? Achso, das ist vom... Was heißt da speichern, meine Liebe? Das Zins hält an. Hopp. Ähm. Ja, zündet unterm Bett eine Kerze an. Ist ja natürlich logisch. Ja, und jetzt? Oh, da oben ist der Schlüssel. Oh nein. Gut, probieren wir da irgendwas. Oh, noch so ein fetter Quasten-Typ. Oh nein. Oh, ich hasse es. Wenn man... Wirklich, ich hasse es, wenn man aus dem Bild verschwinden kann. Sorry für das wirklich. Und jetzt? Geht erst mal ein Abseilen, oder was? Ich weiß es halt nicht. Ich weiß es halt nicht. Oh. Wo ist denn der hin? Ich weiß es nicht. Nicht hier rein, auf jeden Fall. Aber da muss ich auch nicht hin. Oder doch? Nee. Ich dachte, weil unten war ein Schloss. Da dachte ich, ich müsste da rein. Vielleicht muss ich auch hier durch. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Gehen wir einfach mal da lang. Ja, und dann kommen wir hier wieder raus. Ist ja okay. Und wir müssen nochmal durch die Küche. Toll. Mit Dr. Quastenlady. Super. Ganz toll. Ist die alte Zippe jetzt weg? Weg. Wo geht sie hin? Weg. Oh nein, doch nicht. Oh oh oh. Verpiss dich. Boah, schnell weg hier. Alter. Das solltest du nicht. Oh, ich hasse es. Alter, mein Herz rast schon wieder. Ich wollte eigentlich an diese Schnur springen. Oh. Ups. Wollte ich das? Irgendwie glaube ich nicht. Boah, ist das ekelhaft. Boah, ist das ekelhaft. Boah, ist das ekelhaft. Ich erinnere mich an ein, eine Demo, in der wir unten was machen mussten. Genau das ist hier auch so gewesen. Irgendwie. Also ich erinnere mich düster. Ganz düster. Ah ja, da unten ist dieser Meat Grinder. Der Meat Grinder. Irgendwo kam dann eine Wurst raus. Hier, genau. Und dort können wir... Oh, ist das ekelhaft. Es ist einfach nur so ekelhaft. So, rein damit. So. Ups. Aber auch zwei Fleisch, natürlich. Zwei Fleisch reichen für zwei Würste. Klingt doch logisch, oder? Ach Gott, ist das ekelhaft. Oh. Alter. Ja, und wie kriegen wir da jetzt mehr rein? Da geht's auch rein. Puh. Hier muss es ja arschkalt drin sein, Leute. Also jetzt mal im Ernst. Hier muss es arschkalt drin sein. Puh. Hol dir Licht ins Leben. Ich weiß nicht, was das bringt, aber... Äh, ja. Irgendwo kann ich hier hoch. Ah. Ähm. Oh. Ich weiß nicht ganz, wie ich da hochkommen soll. Vermutlich gar nicht. Das Ding da scheint versteinert zu sein, oder so. Ich weiß es nicht genau. Bin mir da nicht so ganz sicher. Ich weiß nicht, ich will da irgendwie hoch, aber irgendwie komme ich da nicht hoch. Ich weiß nicht, ob ich da hoch soll. Keine Ahnung. Okay. Vielleicht auch nicht. Wer weiß. Wer weiß. Nobody knows the trouble I've seen. Nobody knows my sorrows. Okay. Ähm. Ja, was soll ich da noch zu sagen? Das Einzige, was ich dazu sagen kann, ist, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Wir sehen uns morgen wieder. Auf morgen. Bis wiedersehen. Euer Zonki. Like nicht vergessen. Subscribe nicht vergessen. Und die Glocke nicht vergessen. Ciao. Ich bin raus. Euer Zonki. Bis dann. Euer Zonki. Vielen Dank.